Du musst jetzt alles geben Du musst jetzt alles geben Du musst jetzt alles geben Du musst jetzt eine sehr knappe Entscheidung geben So etwas hat das Publikum schon seit langem nicht mehr gesehen Winzer ist ein fabelhafter Fahrer Ich muss mir schnell was einfallen lassen Sonst gewinnt er was Rennen Auf der Geraden ihn zu überholen hat keinen Sinn Da sind wir gleich schnell Ich versuch's lieber in der Kurve Was für ein hinreißendes Rennen Ich bin ganz sicher, dass Onkel Michelle Lindsay in der Kurve überholt Ich auch Rick Michelle wird das Rennen gewinnen, davon bin ich überzeugt Bis jetzt immer noch in Führung Das Rennen scheint mit einer Sensation zu enden In unveränderter Reihenfolge geht die Wagen in die letzte Kurve vor der Zielgeraden Jetzt kommt es drauf an Ich muss ihn jetzt überholen Michelle Vaillant setzt vor dem Einweg in die Zielgeraden Ich soll sie noch den ersten Platz streitig zu machen Oh nein, nicht mit dir Vaillant Okay, hat meine Absicht durchschaut Dann wollen wir mal Nein! Michelle Vaillant hat in letzter Sekunde doch noch die Führung übernommen Ja, ja, doch Ja, bravo Ja, 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 ja Michelle, es war einfach Spitzenklasse, wie du Lindsay doch noch gepackt hast Lindsay ist ein ausgezeichnetes Rennen gefahren, aber das Glück war nicht auf seiner Seite Deshalb hab ich gewonnen Oh, oh, da kommt Mr. Lindsay Er sieht nicht aus, als wollte er dir gratulieren Ich glaube, es gibt Ärger Wie kommst du auf sowas? Wie ich darauf komme? Er hat schließlich das Rennen verloren Eine großartige Leistung, Michelle Herzlichen Glückwunsch Es war fantastisch, wie sie mich in der letzten Kurve noch überholt haben Sie haben es mir nicht leicht gemacht, Ace Ich hab an meinen Sieg nicht mehr geglaubt Applaus, meine Damen und Herren Applaus für zwei der sportlichsten Fahrer Michelle Vaillant und Ace Lindsay Ich verstehe das einfach nicht, Großvater Onkel Michelle hat Ace doch besiegt Ist der denn kein bisschen böser auf ihn? Er ist sicher enttäuscht, dass er das Rennen nicht gewonnen hat Aber er ist ein Profi Er hat getan, was er konnte Und er respektiert seine Gegner Aber wieso gratuliert der Onkel Michelle auch noch zum Sieg? Das ist unter Rennfahrern so üblich Das ist wahrer Sportsgeist, mein Junge Ja, ich verstehe schon Wenn sich doch nur meine ehemaligen Schulkameraden auch so fair verhalten würden Das ist unter Rennfahrern so üblich 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 Verdammt, das sind die Red Bulls Jippie Es wird wieder mal Zeit für einen kleinen Spaß Wo erwarten wir dann noch nix? Warum musste ich ausgerechnet auf die treffen? Vielleicht geht ja dieser Kelcher mir vorüber Sie scheinen sich jemand anderen ausgesucht zu haben Immer mit der Ruhe, Bulls Ich mache bestimmt keinen Ärger Hey, Bobby, hast du das gehört? Der Spießartyp weiß, wer wir sind Da siehst du mal, wie berühmt unsere Gang ist, Judd Das freut uns aber, du Milch-Bubi Ich weiß eigentlich gar nicht, wer sie sind Aber ich möchte wirklich keinen Ärger machen Wer hat denn was davon gesagt, dass es hier Ärger gibt, du Penner? Wir sind nichts weiter als drei harmlose, durstige Jungs Haben Sie da vielleicht was zu trinken drin? Milchmännchen? Ja, sicher, oh ja, sicher Möchtet ihr drei vielleicht etwas Milch? Ich habe gerade im Depot eine frische Fuhre geladen Was sagt ihr dazu, Jungs? Wollen wir uns der Pulle hinter die Binde gießen? Eine Pulle Whisky wäre mir lieber Aber was soll's Für Milch gehe ich meilenweit Nicht so unsanft, Schatz Wir wollen ihm doch nicht wehtun Den kleinen Rempler wird er doch wohl nach aushalten Er hat nur Angst, dass die Milch sauer wird Wie möchten Sie sie? Pasteurisiert und kalt? Oh, das ist mir aber sehr peinlich Versuch du doch mal eine zu fangen, Bobby Hey, was soll das, Max? Na nun, was ist denn mit dir los? Wir wollten noch ein bisschen Spaß haben mit dem Milch-Bubi Willst du das verkneifen oder was? Nein, ich will doch nicht kneifen Gut, wirft Bobby eine Flasche zu Wollen doch mal sehen, wie gut er fangen kann Kralle auf, jetzt kommt eine Milch-Bombe Hört doch mit dem Quatsch auf, Kinder Ich bitte euch Wie bitte? Wir sind keine Kinder Wir sind die Red Bulls Okay, schon gut Ich hab's nicht so gemeint Sag, was wir sind Ihr seid die Red Bulls Hey, Max Ich höre jemanden kommen Na und diese Straße hier gehört uns Na nun, na nun Was für einen heißen Ofen haben wir denn hier Der Kippicher glatt aus den Latschen Das ist aber mal eine hübsche Karre Sie müssen Rickys Onkel Michel sein Stimmt's oder hab ich recht? Michel war jung, der größte Rennfahrer aller Zeiten Liege ich da richtig, Mann, oder was? Da liegst du richtig, Max Max? Na nun Max? Sagen Sie bloß, sie ist so ein berühmter Rennfahrer wie Sie Hätt schon mal von einem Typen wie mir gehört Das ist der Ex Rick hat mir schon alles über dich und deine Gang erzählt Ach, tatsächlich? Dann hat er dir sicher auch erzählt, dass er viel zu mickrig ist, um bei uns mitzumachen Zu intelligent, finde ich Was spricht eigentlich dagegen, dass ihr diesen Mann in Ruhe weiterfahren lasst? Und was passiert, wenn wir das nicht tun? Das würde ich euch nicht raten, Jungs Verstehst du jetzt, was ich meine? Lass das Max und diesen Variant unter sich ausmachen Okay, du kleiner Rundendreher Wir haben woanders noch was zu tun Und du, Ricky, vergiss nicht Wir haben heute Abend um 6 Uhr Verabredung miteinander Rick, ich glaube, alles, was du über deinen Onkel erzählt hast, entspricht der Wahrheit Ja, er ist ein Meister im Umgang mit Menschen Und ebenso meisterlich fährt er auch seine Rennen und gewinnt Vielen Dank, Mr. Vaillant Das Problem ist eben, dass es in unserem Städtchen nicht genug Polizisten gibt, die etwas gegen die Gang unternehmen könnten Als ich noch ein Kind war, ging es bei uns recht friedlich zu Aber als Max und seine Kumpels von der Highschool geflogen sind, fingen sie plötzlich an, die Ordnung durcheinander zu bringen Sie wollten nur noch ihren Spaß haben Der Milchmann seine Milchflaschen zu zerschlagen, der hört der Spaß aber auf Ich weiß, das war sicher falsch Keiner von den Jungs war schlecht, solange wir zusammen die Highschool besuchten Aber in unserer kleinen Stadt tut sich ja auch nichts Sie langweilen sich, Onkel Michel Was ist das eigentlich für eine Verabredung mit Max heute Abend? Oh, die, die ist ganz harmlos Er wollte nur wissen, ob ich mit ihm heute Abend vielleicht ins Autokino gehe Ich bin sehr überrascht, dass du den Mut hast, dich hier blicken zu lassen, Ricky Boy Weißt du, Max, ich wollte dir und deiner Gang nur zeigen, dass ich keine Angst vor euch habe Das werden wir ja gleich sehen Dort steht ein Motorrad und da liegen die Fässer Versuch doch den Sprung, du Männe Und was hast du für eine Funktion? Naja, ich bin der Herausforderer Also machst du den Anfang Das heißt, ich werde nach dir springen Ich werde dir beweisen, dass ich nicht umsonst der Boss der Gang bin Wow, über zehn Fässer Ich habe schon viele solcher Sprünge gemacht, aber nie mehr als über fünf Fässer Aber ich werde denen nicht die Möglichkeit geben, mich an Feigling zu nennen Das ist echt ein Gemeinsatz Das ist ein großer Sprung, Max Ja, allerdings Was ist, wenn der Kleine ihn nicht schafft? Dann kann ich es auch nicht nennen, aber wir haben unseren Spaß Was sollte das denn werden? Wolltest du dich umbringen oder was? Sie haben mich überredet, den Sprung zu machen Und du, du machst wohl alles, was sie dir sagen Ich dachte, du hättest ein bisschen mehr verstanden Oho, der gute Onkel, wie süß Hat er sich um den lieben Neffen Sorgen gemacht Hm? Ihr Kerle seid noch weitaus blöder, als ich's mir gedacht habe Ah ja? Und ihr Neffe Rick hat noch weniger Mumm, als ich mir hab träumen lassen Er wär auch nicht gesprungen, wenn das gute Onkelchen ihn nicht in letzter Sekunde von der Rampe abgedrängt hätte Oho, ich werd mir gleich in die Hosen machen Hoffentlich rettet mich jemand, dort ist das mein Ende Du bist ihm doch ein Waschlappen, sweet Ricky Boy Und du bist Superman, was? Sowas ähnliches, Mr. Vaillant Jetzt zeig du uns doch mal, was du kannst, Max Wollen wir doch mal sehen, ob du den Mut hast, den Sprung zu machen Sind sie wahnsinnig, Mann Niemand schafft diesen Sprung Ach so? Weißt du was, Max? Ich mach es dir einfach mal vor Der Kerl hat einen Sprung in der Schüssel Das wird nichts, der Typ laft Los, Onkel Michel, zeig es Ihnen Los, Onkel Michel, zeig es Ihnen Jetzt bist du dran, Max Zeig ihm, was ne Hacke ist, Max Du kannst es Ja, Max Nun mach schon, beweis es Ihnen Dieser Sprung ist was für Profifahrer Ihr wisst genau, dass ich das nicht schaffe Ich hätte ihn keinesfalls versucht, wenn ich kein Profi wäre Jeder Motorradsprung ist lebensgefährlich, wenn man ihn nicht trainiert hat Und du weißt, Rick hat sowas nie probiert Och, wir wollten doch nur ein bisschen Spaß Kommt, Jungs, wir verschwinden von hier Entschuldige bitte, Rick Ist schon in Ordnung, Bobby Wir sehen uns dann Das war echt ein klasse Sprung, Mann Vielen Dank, Judge Wiedersehen Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sich die beiden wie richtige Menschen benommen haben, Onkel Michel Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du diesen lebensgefährlichen Sprung versuchst Dann solltest du dir wünschen, ich wäre nicht ein Onkel Ich werde ihn eines Tages wieder versuchen, aber nur dann, wenn ich auch hart genug dafür trainiert habe Über dieses Thema reden wir noch Leider war es wieder mal nur ein kurzer Besuch Schade, dass ich deine Mutter nicht getroffen habe Sagge bitte einen herzlichen Gruß von mir Sie wird es bedauern, dass sie dich nicht gesehen hat, Onkel Michel Sie spricht sehr viel und oft von dir Ich mag meine Schwester auch sehr, aber durch meinen Beruf sehen wir uns leider viel zu selten Ich fahr dir bis zur Rennstrecke hinterher Dann kann ich Großvater auf Wiedersehen sagen Ja, mach das Daddy, wie lange müssen wir noch fahren, bis wir zu Hause sind? Nicht mehr lange, Schatz, wir sind bald da Vorsicht, Daddy! Max, was sollen wir jetzt bloß machen? Wir werden Ihnen helfen, du Idiot Hilfe! 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 Holt uns hier raus! Und Sie müssen nicht helfen! Hilft uns! Hilft uns! Hilft uns denn niemand! Hilfe! Max, das bringt doch nichts! Bleib hier! Der Wagen kann jede Sekunde abschnürzen! Wir konnten nichts dafür! Es war ein Unfall! Wir waren... Wieder mal leichtsinnig, aber wir haben es echt nicht gewollt Schon gut, Bobby Habt ihr ein Abschleppseil? Ich hab eins im Kofferraum Dann hol es schnell Ich hab alles, Daddy! Ganz ruhig, ich hol euch da raus Bitte nicht bewegen! Ich kann den Wagen nicht mehr lange halten Sind Sie in Ordnung, Mister? Ich werde langsam versuchen, die Tür zu öffnen Hier Klettern Sie raus! Ich kümmere mich um Ihre Tochter! Wir stürzen ab! Hilfe! Das Auto stürzt ab! Nein, du wirst nicht abstürzen Sieh mal, ich schlinge das Abschleppseil um meine Hüfte Und jetzt komm ich dich holen Yes, halten! Nicht bewegen, Kleine! Ganz ruhig! Bleib jetzt so, wie du bist! Du musst mir jetzt deine Hand geben! Gleich werden wir es geschafft haben! Pass auf, Max! Der Wagen stürzt ab! Gleich haben wir es geschafft! Daddy, Daddy! Kelly, mein Kind! Bist du verletzt, mein Schatz? Nein, ich glaube nicht Der Mann da, der hat mich gerettet Danke, Mister Ist schon okay, Schätzchen Ich bin so froh, dass hier nichts passiert ist Junger Mann Das war die mutigste Leistung, die ich je gesehen habe Danke Max, jetzt hast du bewiesen, dass du wirklich Mut hast Ich glaube, Max, du bist auf dem richtigen Weg Ich stelle, komm mal her Sieh dir das an Was gibt's denn, Papst? Der Brief hier kommt von Rick Was hat er angestellt? Gar nichts Er fängt nächste Woche als Schüler in der Stuntman-Schule an Er ist eben ein Vaillant Durch und durch Er schreibt außerdem noch, dass Max, Judd und Bobby die Stadt verlassen haben Warum denn? Sie sind auf der Polizeiakademie angenommen worden Nach der Ausbildung wollen sie in ihrem kleinen Städtchen für Recht und Ordnung sorgen Aha Was sagst du dazu? Von einem Extrem ins andere Aber wenigstens müssen sie sich nicht von ihren Motorrädern trennen Damit wird Max' Gang in Zukunft weiter existieren Allerdings auf der Seite des Gesetzes Und hoffentlich vertreten sie es gut Da bin ich mir sicher Von einem Extrem, 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 von einem Term, von einem System, von einem Extrem, von einem Nehren, 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 von einem Ne